KUTAN Immobilien Am 12. November war es wieder so weit. Die Hudelschnuttler als Organisatoren verwandelten mit der Straßenfastnacht und dem Dämmerumzug die Ludwigshafener Innenstadt zum 12. Mal in ein Tollhaus. Den ganzen Tag über war Programm vor dem Rathaussender geboten. Viele Künstler von Vereinen aus der Region präsentierten sich auf der Showbühne am Rathausplatz. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war der Dämmerumzug. Der Lindwurm zog sich vom Berliner Platz bis hoch ans Rathauscenter durch die Innenstadt von Ludwigshafen. Am Rathauscenter wurden die 47 Fußgruppen von den Moderatoren Christoph Heller und der Ex-Miss-Lou Anita Haug gebührend empfangen. Die Regierungen der Dämmerung des Vorgensutzes Am Rathaus Am Rathaus Gut mit Sarfer Am Rathaus Große Fasner Am Rathaus Natürlich gab es auch dieses Jahr eine Prämierung der schönsten Kostüme bzw. der schönsten Gruppe. Der erste Platz in diesem Jahr ging an die verrickte Feierfickel. Der zweite Platz ging an die Bembeljäger aus Rüsselsheim, dicht gefolgt von den Fidelen Zischer aus Ludwigshafen-Ockersheim, die ganz im Motto der 60er Jahre auftragen. Das Finale bestritten die Hudelschnuddler und Jens Hudow mit Band. Sie heizten den Narren nochmal ordentlich ein, bevor ein Feuerwerk die gelungene Veranstaltung beendete. Wir freuen uns schon auf die kommende Straßenfastnacht der Hudelschnuddler, die im nächsten Jahr am 11.11.2017 stattfindet. Untertitelung des ZDF, 2020